Sie kennen schon diese Küche, das ist unsere Pappküche, die Sie schon öfter gebrauchen, aber wir haben etwas Neues. Das ist die Cubix Reversible Küche. Man kann die an zwei Seiten bedrucken, also an der einen Seite mit einem Küchendesign und an der anderen Seite. Also man kauft ein Modul oder eine Küche und kann da zwei verschiedene Küchen machen. Die haben wir auch wieder in 30, 60 und 90 cm. Und das Vorteil ist, wir haben also ein neues Arbeitsblatt, das geht mit Klettverschluss, kann man das einfach abnehmen und eine andere Arbeitsplatte wieder aufmachen. Und wir haben drei verschiedene Farben, also das heißt die Holzfarbe, einmal Marmor und einmal Naturstein. Ja, das sind immer die Tricks der Stagerinnen und ich habe die Ehre, mich hier gerade beraten zu lassen von der Dame von Cubix. Und das ist die Dame oder die Damen, die eben die Pappmöbel und die Pappküchen erfunden haben. Ja, ganz, ganz toll. Freut mich sehr. Ein kurzes Wort noch an die ganzen Investoren in Deutschland, die wir beglückt haben mit Pappküchen und so weiter. Wahrscheinlich würden Sie jetzt sagen, wenden Sie sich an die Stagerin Ihrer Wahl oder kaufen Sie direkt bei Ihnen ein. Genau. Wir schlagen immer vor, das zusammen mit einer Homestager zu machen, aber Sie können es natürlich selber machen. Sie kaufen einfach auf www.cubix.de Ihre Ware ein. Vielen Dank. Okay. Bye-bye. Vielen Dank. Bye.